Leute, das heutige Video wird komplett eskalieren, denn heute werde ich auf meine Party Royale 2.0 Map gehen und mein Mikrofon aktivieren. Ja, ihr habt richtig gehört, Leute. Und ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn über 40 Leute im Sprachchat sind und ich anfange zu reden. Leute, das wollt ihr gar nicht wissen, schaut euch einfach das komplette Video an. Und wenn ihr auch mal in einem Video von mir mit dabei sein wollt oder ich euch mal adden soll, dann geht doch jetzt einfach mal auf meine Party Royale Map. Hier unten ist der Map Code eingeblendet und vielleicht treffen wir uns. Denn ich habe mich dazu entschieden, dass ich ab und zu mal Leute auf der Map adden werde, wenn ich auch drauf bin. Ganz easy, Leute. Und jetzt lasst auf ihren Like da unten ein Abo, weil ich glaube, meine Ohren werden gleich kaputt gehen. Und außerdem hat mir YouTube auch gesagt, dass viele von euch mich abonnieren, aber es eigentlich gar nicht tun. Deswegen schaut einfach mal nach. Und Leute, ich gehe direkt mal in die erste Lobby. Let's go. So, Leute. Ich bin jetzt hier in der ersten Lobby am Start und was hier abgeht, ist schon mal krank. Und ich höre schon welche im Sprachchat. Wir lauschen jetzt einfach mal, Leute. Anscheinend weiß da jemand den Tresor-Code. Ja, ich weiß ihn schon längst. Also der Tresor-Code ist 0, 3, 4, 13, 16. Als ob er den Code weiß. Wir müssen da mal reingehen, Leute. Ich habe den VIP-Launch-Code hier vergessen. Ich muss ihn schnell eingeben. Okay, ich bin drin, Leute. Ich habe es doch geschafft. Wie? Sowas wollte ich doch jetzt gar nicht hier hören. Nein, nein, nein. Die dürfen doch den Tresor-Code nicht verraten. Er labert doch nur, oder? Warte mal. Ich gehe jetzt einfach mal in den Sprachchat. Und fragt ihn mal, warum er den Code hier weitergibt. Also 3, also 0, 3. Hallo, 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 hallo. Kann mich jemand hören? Kann mich jemand hören? Flakes? Ist das Flakes? Nee. Das ist Flakes. Das hört man. Nee, 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 nee. Das ist jetzt nicht wahr. Hey Flakes. Hallo? Ähm, mich hörst du dann. Hört mal Fortnite. Für Fortnite. Wenn er jetzt ein Video macht, ehrlich. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich habe da gerade gehört, dass da jemand den Tresor-Code weiß. Äh, wenn du der Echte bist, dann sag mal. Nein, 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 nein. Du kommst jetzt erst mal zu mir und sagst mir, ob du wirklich den Tresor-Code weißt. Okay, ich komme. Okay, okay, okay. Komm mal am besten zum Brunnen, okay? Zum Brunnen? Okay. Okay, okay, okay. Aber warte mal, welchen Skin hast du? Nein, 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 nein. Was? Was für einen Skin hast du? Ich habe so einen schwarzen. Der da hier? Warte, hier, komm. Der Spezialkommando. Hier. Wo ist Flakes? Wo ist Flakes? Ey Flakes, jetzt muss man unbedingt die Renekindrainer sein, bitte, bitte. Ich Flakes hier. Was für einen Skin hast du denn? Oh mein Gott, Flakes hier. Oh mein Gott. So. Ich bin der mit der Taschen und so. Der hier bist du? Er ist es einfach. Er ist es einfach. Er ist auch einfach. Warte mal, warte mal. Seid mal kurz alle ruhig. Ähm, weißt du wirklich den Tresor-Code? Ja. Warst du schon mal im Tresor? Nein. Also ja, aber ich habe noch niemanden abgeschossen, weil die nett sind. Hm. Das heißt, du könntest jetzt in den Tresor reingehen? Ja. Okay, okay. Dann lass mal da reingehen. Komm mal mit. Ich will sehen, ob du den Code wirklich weißt. Aber wartet. Leute, Leute, Leute. Ihr dürft jetzt nicht alle da davor stehen. Sonst kommen wir nicht rein. Ey, warte. Ich will hier gerade ein Video aufnehmen und dann höre ich, dass da jemand den Code weiß. Ja. Ich hole mir jetzt erstmal hier einen Grappler und ich muss der Sache auf den Grund gehen. Blake, ich habe dich abonniert. Ich küsse doch dein Herz. Wir müssen jetzt erstmal versuchen, hier irgendwie reinzugehen. Äh, bist du schon drin? Blake, 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 Blake. Ja, was denn? Blake, wenn du der Echte bist, dann sag mal Käse. Ähm, nee, das sage ich nicht. Sag mal Käse. Warum soll ich Käse sagen? Das bist du nicht geahnt. Jetzt geh mal, geh mal hier runter und zeig mal wirklich, dass du den Code weißt. Also, aber, aber an die ganzen anderen bitte hier an die Wand stellen. Alle an die Wand stellen. Mr. NoSkin, du darfst nicht spickeln. Nein, 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 Mr. NoSkin. Bitte an die Wand gehen. Warum soll ich alles sagen? Bist du hier mein Lehrer oder was? Ja. Nein, nein, nein. Ihr geht jetzt alle an die Wand. Er muss jetzt den Code eingeben. Bro, du bist viel zu langsam. Jetzt sind hier viel zu viele Leute. Wie sollen wir jetzt da reingehen? Kannst du mir eine FA schicken und dann nehmen wir auch die private. Ach so, jetzt willst du auch noch eine FA. Bitte. Ach so. Ich gucke dich so lange. Vielleicht ich mir mal eine Anfrage. Wartet mal. Leute, Leute, guck mal. Ich habe hier so eine Zauberfernbedienung. Was passiert, wenn ich die drücke? Ey, ich will es gar nicht jetzt wissen. Ich will es gar nicht jetzt wissen. Soll ich mal draufdrücken? Nein, ich drücke mal drauf, okay? Wartet und, ähm. Ich mache 100.000 abonnenten. Was ist passiert? Hä? Der Tresor ist aufgegangen. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ähm. Flix, kann nicht. Kannst du nicht mal. Ich gehe nicht rein. Punkt. Du willst nicht reingehen, oder was? Wenn jeder reingeht. Ich habe dich gestern gesehen. Du warst gestern online. Hast dann jeden in den Tresor reingelassen. Und dann war völlig das Rundeballer. Das kriegst du hin. Komm, geh rein. Guck mal, die Tür ist offen. Nur für dich. Nein, danke. Aber da müssen wir irgendwie die Tür wieder zumachen. Warte. Und, und, und. Okay, die ist wieder zu. Ey, Flix. Ähm, Leute, Leute, Leute. Kommt mal alle wieder zum Brunnen, okay? Wie lange ich dich schon gucke? Komm aus. Guck an dir rum aus. Leute. Ihr dürft nicht rumschießen, okay? Flix, weißt du, wie lange ich dich schon gucke? Ey, Mr. NoSkin. Was hast du getan? Die haben dich nicht abonniert, weil mein Hund ist. Haben die eben gesagt. Ähm, warte mal, warte mal. Was macht die da jetzt gerade? Warum schießt die alle rum? Ey, du NoSkin. Wir sind fast die gleichen NoSkin. Guck. Ey, für nichts kannst du mir eingefallen tun. Was denn? Kannst du? Was denn? Ja, es kommt drauf an. Was? Könntest du einmal ein NoSkin nehmen? Musst du nicht, aber ich würde es gerne mal sehen, dein NoSkin. Aber lieber nicht, Bro. Ich kann den Looser Dance oder Bel Air machen, wenn du willst. Ja, mach mal, bitte. Aber der geht nicht. Also, ich mach mal erst den Tanz. Hier, der ist voll cool. Der, 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 Okay, warte, warte, warte. Ähm, ich gehe jetzt erst mal hier nach oben. Und jetzt mache ich Bel Air. Und den Looser Dance kann ich auch machen. Oh, mein Gott. Ey, warte, warte, warte. Da eskaliert es jetzt gerade komplett. Das war nicht mein Plan. Ey, ey, chillt mal, chillt mal, chillt mal. Warum, warum schießt ihr jetzt alle? Ey, 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 wartet mal. Warte, 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 warte. Ähm, warum lacht ihr jetzt? Ähm. Ähm, 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 hallo? Warum? Ähm. Hallo, Flake? Ich dachte, ihr seid alle... Oh, warte, 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 warte. Ein Renegade Raider? Alles ob. Und ein Galaxy? Ey, Renegade Raider. Ich hoffe, du machst keine Faxen hier auf der Map. Das Ding ist, Leute, ich nehme gerade ein Video auf, äh, wo ich das erste Mal mit Mikrofon hier, ähm, auf der Map bin und aufnehme. Hast du das nicht schon gemacht? Äh, ja, das habe ich vor einem Jahr, glaube ich, schon mal gemacht auf der alten Map. Ähm, aber... Ich habe keine Sache gefragt. Was willst du mich eigentlich die ganze Zeit fragen? Hast du den nicht fragen? Ich möchte sagen, ey, mein Freund ist gerade neben mir, ne? Er heult gerade, weil er dich gefunden hat. Er heult? Ey, blick dir auf Loser-Dans zu mir. Er hat Loser-Dans zu mir gemacht. Ja, dann weißt du, was du machen kannst. Was? Ja, du hast noch eine Waffe in der Hand. Yo, 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 chill, 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 chill. Was geht jetzt hier ab? Ey, äh, 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 hier eskaliert es gerade komplett, Leute. Ich muss, glaube ich, in eine neue Lobby gehen, äh. Nein, 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 bitte, 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 Ich muss, ich muss, hier eskaliert es jetzt gleich komplett, Mann. Oh nein, oh nein, oh nein, äh, Leute, Leute, ähm, ihr könnt ja auch in eine neue Lobby suchen. Ich muss jetzt hier weitergehen, weil es eskaliert hier jetzt gleich komplett. Guck mal, guck mal, guck mal da oben. Wir machen alle Faxen, sogar der No-Skin schießt mich hier ab. Leute, ich muss hier weg, ciao, 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 ciao. Es eskaliert komplett. Es war korrekt von euch, ich muss gehen. Ciao, 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 ciao. Such auch eine neue Lobby, such auch eine neue Lobby. Komm, komm, komm. Let's go. Ohne, komm, 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 komm. Ich bin gerade in der neue Lobby reingegangen und direkt erkennt sich jemand. Das war es mal wieder komplett. Ähm. Ich aktiviere jetzt mein Mikro direkt, Leute. Let's go. Yo, 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 Leute. Was geht? Flakes? Könnt ihr mich hören? Ja. Was geht? Was geht? Was geht? Flakes! Oh mein Gott! Ja, Flakes hat eine andere Stimme. Ja, Flakes hat eine andere Stimme, Mann. Wo ist Flakes eigentlich? Flakes, tu ich jetzt nicht so. Oh mein Gott! Hä, aber Flakes hat doch eine andere Stimme, habt ihr gesagt. Ja, tu ich so. Nein! Wenn das jetzt wahr sein soll. Du musst alle Hälfte sein. Will jemand von euch in den Tresor gehen? Ja! Flakes! Ach so, jetzt wollt ihr alle in den Tresor? Sag mal meinen Namen so. Flakes! Das ist so abgespielt, ist so abgespielt, oder? Ja, ja, das ist nur abgespielt, das ist nur Soundboard. Guck mal, der kann schweben! Was geht, Jungs? Flakes, warte! Was soll ich beweisen? Kannst du mich mit mir adden? Ja! Ich habe es doch bewiesen, indem ich geflogen bin, aber ich kann mir auch gerne Waffen holen. Kannst du mich adden, Flakes? Ähm, nee, adden kann ich euch leider nicht, weil sonst will jeder geadet werden. Flakes, umarmst du mich auch? Ja, okay, mach den Emote. Ich habe den Emote gerade nicht ausgerüstet. Ey, Flakes, hör mal! Ich bin auch in Ausstieg gerade. Ehrenmann, schaut mein Video. Läuft bei dir. Ich gehe jetzt erstmal hier in den Tresor rein. Zack, zack, zack. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, jetzt wollt ihr auch alle hinterherkommen. Ja, ja, ja. Lasst ihn rein. Ey, geht mal alle weg. 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 Chill, chill, chill. Du musst es den ganzen Tag treffen. Leute, Leute. Leute, wenn ihr mir verspricht, dass ihr euch nicht gegenseitig killt, dann werde ich euch in den Tresor lassen. Dicka, ich liebe deine Videos. Ja, bitte, bitte. Ja, okay, dann kommt mal alle runter. Kommt alle runter zum Tresor. Ich komme jetzt mal nicht. Ihr müsst alle nacheinander eingeben, Leute. Ich kenne den Code nicht. Okay. Alle nach der Reihe aufstellen. Genau, alle nacheinander und dann gebt ihr den Code ein. Ah, 9, 1, 8, 3. Blake, wieso wirst du kein Nosekin? Let's go, let's go. Ja, okay, dann nehme ich halt den Nosekin. Wartet mal. Ich nehme den Nosekin. Tut mir leid. Ich wollte den ganzen Tag gleich krischen. Let's go. Oh mein Gott. Ja, den Code, den erfahrt ihr nur in meinen Videos. Nein, ich werde in 10 Minuten rausgeschmissen. Oh, dann müssen wir uns beeilen, Leute. Kommt schnell. Ich lasse euch in den Tresor. Komm. Ja, okay, okay, okay. Du bekommst eine Umarmung. Wo bist du? Wo bist du? Ah, hier ist Noah. Let's go. Hier, du bekommst eine Umarmung von mir. Okay, ich lasse euch jetzt in den Tresor, okay? Geht rein. Los, 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 los. Rein, 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 rein. Aber keine Faxen machen, Leute, okay? Komm da nicht rein. Ja, ihr dürft nicht rennen. Chillt mal. Ihr dürft nicht rennen. Chillt. Oh mein Gott. Ihr dürft nicht so rennen, Leute. Sonst geht die Tür automatisch wieder zu. Ihr seid komplett lost, Leute. Ihr dürft nicht so rennen. Leute, Leute, ihr dürft nicht so rennen. Sonst geht die Tür automatisch wieder zu. So, let's go. Geht rein, geht rein, geht rein. Ja, ich höre euch. Ja, ja, ich mache gerade ein Video. Guck mal. Guck mal, Leute, 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 wenn ich euch jetzt... Leute, Leute, chill, 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 chill. Ich bin ab und zu auf der Map unterwegs und dann adde ich Leute. Aber ich kann nicht jeden von euch adden. Kannst du diesen aktiven Unterstricht job adden? Okay, warte mal. Ich adde euch jetzt mal. Sag mal euren Namen. Okay, wartet mal. Wartet mal. Nur aktiv muss ich lesen. Okay, okay. Zack, habe ich geedit. Okay. Dich kann ich auch adden. Let's go. Aber ich kann jetzt nicht alle adden, Leute. Ab und zu mache ich eine Ausnahme, okay? Aber... Nein, nein, ihr müsst die Waffen nicht weglegen. Ihr dürft halt nur keine Faxen machen. Wenn jemand toxisch zu euch ist, dann dürft ihr die benutzen, okay? Nimm meine Waffe. Nimm meine Waffe. Nein, nein. Aber ich will auch in den Tresor rein. Ich will zu euch auch da rein. Okay, warte, warte. Ich benutze die Fernbedienung. Bist du voll im Tresor? Was geht, was geht? Leute, ich kann euch nicht alle adden. Schild mal. Ja? Ja, was ist denn? Leute, ihr habt jetzt alle Waffen. Ich werde jetzt die Lobby verlassen. Und ich hoffe, ihr macht keine Faxen, okay? Also, haut rein. Leute, Leute, ich verstehe nicht, wenn ihr alle dazwischen redet. Ich muss jetzt leider liefen, morgen kommt das Video online, okay, Leute? Haut rein. Ich küsse euer Herz. Lasst auf ihren Like da unten, Abo, Leute. Kuss geht raus. Euer Flakes. Ciao. Und es eskaliert wieder komplett, sobald ich hier wieder rausgehe. Das war es dabei wieder komplett. Ich muss hier raus, es eskaliert. Ich wusste es einfach, Leute. Das war eine absolute Ausnahme. Kommt gerne auf die Map, wenn ihr auch von mir geedit werden wollt. Und das war es mit dem Video, Leute. Holy moly.